Hier haben wir hier vorne eine Pervers, 23.01, ein riesengroßes Haus. Hier sehen wir auch schön die Maschinen, wo drüber fliegen, die hatten wir überall, Miami Beach. Das ist ein riesengroßes Gebäude. Hier kann man reinfahren, auf der Collins Avenue zum Parken, oder auf der Seite zum Eintritt. Das ist ein riesengroßes Gebäude. Das ist ein riesengroßes Gebäude. Das ist ein riesengroßes Gebäude.